...und... ...Radi-Radi-Radi-Radi-Radi-Radi-Radi. Ich sehe, Nazi-Pokaran, der sich will überall in Netz. Sie wird sich von dem Bundestag in neuen Anreise gesetzt. Man sagt, wenn man über die Schandale aus ist, dafür geht's. Wie sie sich zu Hause in den Köpfenden befest. Ohne Verstand mit Waffen und ihm Zähne voll gewetzt. Werden unterlegen Menschen bis zu ihrem Hund gehetzt. Es wird auf Rasseführer und Gasparverlangen gesetzt. Und viele Menschen lebt, hat diese Energizeffett. Ich frag dich, warum so viele Leute wegschau'n? Ist es Angst, dass der Tanz oder Englund an sich frag' ist? Wenn in mehr Leute sich trauen, sich quersen, späten, sind stärker, ist der Widerstand. Ich frag mich, warum dürfen die Leute wegschauen? Ist es Angst, ob es krank oder ignoranz? Ich frag es, wenn in mehr Leute sich trauen, sich quersen, späten, sind stärker, ist der Widerstand. Antifaschist, der immer will. Manikale, 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 manikale. Mit der Bitte der Gesellschaft wollen sie ihre Müll verbreiten. Mit Vorsteinern gehen sie weg vom Kratzen, von Miyake Style. An Schulen, MCDs, Partei, in Stadlern, Schlägerei. Mietermacher, Rechtsrock, für jeden was dabei! Dumpe rechte Sprüche beginnen sich in vielen Parteien. Es brennen Häuser, rund die Tod, weiß sie kein. Meinen sind schockiert und die Leute greifen ein. Ich werde nicht grun, ich bin der Go-Sazis-Rock! Warum so viele Leute wegschauen, ist es Angst, dass der Kranz oder Ignorant sich wagen ist, denn je mehr Leute sich trauen, sich klar zu stellen, wird so stärker als der Widerstand. Sie sind politisch, es ist stark, es ist politisch, es ist politisch, es ist politisch, es ist politisch. Radikal, radikal, radikal. Leute, leider gibt es immer noch viel zu viele Nazis, Rassisten, überall hier in Deutschland, in vielen Ländern, Europa, überall. Und deswegen ist es uns so wichtiger, dass wir alle ein klares Zeichen setzen am 1. September hier in Dortmund. Ich hoffe, ihr seid alle dabei, um den Nazis zu sagen, hier wird nicht marschiert, nirgendwo mitmarschiert. Es ist ein für alle Mal vorbei. Wir haben keinen Bock mehr auf rassistische Scheiße. Right? Dortmund? Können wir uns hören? Wenn wir sagen Nazis, sagt ihr fuck off! Nazis, 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 wenn wir sagen Nazis, sagt ihr fuck off! Fuck off, fuck off! Dankeschön!